Klage von Identitären Chef zurückgewiesen Der Bayerische Verfassungsschutz beobachtet die Identitäre Bewegung und deren Mitglieder. Der Bundesvorsitzende muss einen Waffenschein abgeben und klagt. Zurück bekommt er die Lizenz aber nicht, denn das Verwaltungsgericht sieht gute Gründe, die dagegen sprechen. Der Bundesvorsitzende der Identitären Bewegung, Nils Altmix, erhält seinen Waffenschein nicht zurück. Das Verwaltungsgericht Ansbach wies die Klage des 32-Jährigen ab. Zur Begründung sagte der Vorsitzende Richter Olgier Tardolf, als langjähriger Bundesvorsitzender beeinflusse er maßgeblich eine Organisation, die Bestrebungen verfolge, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet seien. Der Landkaiser Langen-Höchsttat hatte bei Altmix die für eine Lizenz erforderliche waffenrechtliche Zuverlässigkeit nicht mehr als gegeben angesehen. Altmix klagte deshalb gegen den Freistaat Bayern. Die Kammer bejahe mit ihrem Urteil die Einschätzung des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz. Außerdem habe der Kläger Meinungsäußerungen nicht nur am Rande der Legalität getätigt, sondern sich bei drei Stunden.